Ah, den kann man aufmachen. Komm ja nirgendwo obendrauf, ne? Das war jetzt doof. Wir probieren es mal. Ich vermute er wird uns angreifen. Ah, was war hier doch? Ah, hätte ja sein können. Oh, Servus. Nur ein Platzer. Merkt ihr dich drauf? Eine Hand. Ich habe schon keinen schlechteren Gegner als euch. Brauchst du da hinten drin? Ah, Mann, 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 Weingeld. Gold, voll. Gold. Hier haben wir noch was. Irgendwie viel Kohle hast du schon, Hotless? So, speichern. Komm her da. Hätte ich mal nicht machen sollen. Wir können euch vor mir nicht verstecken. Jetzt reicht es. Hey. Wo ist die andere? Da hinten. Ja, ist das eine Sie? Ich habe keine Ahnung. Wie schießt, wer es hier ist, schießt auf uns. Also, weg damit. Waltenfedern, Gold, Saubertrank. Aber hier seht man mittlerweile. Ich nehme schon weniger mit, ne? Borkischer Bogen. Gold. Lieder der Rückkehr. Bann 10 Millionen. Silberbarren. Saubertrank. Talpfeile. Nordpfeile. Eisenpfeile. So, von da kam mal. Gibt es da hinten noch was? Irgendeine Kistle oder so? Ne, natürlich nicht, weil ich ja geguckt habe. Hätte ich nicht geguckt, wäre da voll der geiles da finden gewesen. Alter, wie lange ist denn das Ding hier noch? Da müssen wir wieder bohren. So, dann trinkt den immer mit. Was war das? Gebt auf, solange ihr noch können. Wuhuhuhuhuhuhu. Leichen hat keinen Platz hier. Alter, warum ziehst du denn durch? Wir sind verloren. Rückzug. Oh, das ist meine. Na gut, dass ich diesmal unten gespeichert habe. Oh, das ist meine. Ist da jemand? Hier drüben. Ich kann das besser als ich. Alter. Alter. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Verdammt. Ihr habt gewonnen. Ich ergeben. Oh, oh. Oh, oh. Schengen. Alter, es bleibt euch an der Tür. Bei den Kattern, nein. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Alter, das ist wieder so einer, ne? Ich bin direkt hinter euch. Ich bleibe hier und passe auf. Genau. Das magische Schwert wird beim Wegstecken gebannt. Ah, welcher war denn das? Das war doch ein 3. Oh, okay. Hmmmm... Oh... Alter, really? Was? Alter. Hat er erst den anderen getroffen? Alter. 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 Jetzt sieht es gleich schlecht aus. Oh, come on. Ich habe doch gedrückt, Mensch. Klappt gerade super. So, du wartest hier. Ich bleibe hier und esse auf. Na, wie geht es dir? Willkommen in Tigelefeld. Gerade mal wieder ohne Ende. So. Teilung. Entwaffnen. Alter. Habt ihr etwas gehört? Äh. Alter. Alter. Nimm das Ding da weg. Mich hat wieder der gespeichert. Alter. Oh, was war das? Den habe ich lange nicht gesehen, ja. Weil die letzten zwei Wochen war ein bisschen... Musste mal in Discord gucken, da siehst du den Grund unter anderem bei Kuscheltiere. Also, so ganz klappt das hier gerade überhaupt nicht, ne? Problem ist, er entwaffnet immer den verkehrten. Ich bin immer noch da, wie ihr wünscht, Tane. Ja, du wartest hier. So, so. So, nimm mal die da mal mit rein. So, nimm mal die da mal mit rein. Beichern. Beichern. Ja, ja, gleich. Kräftige Heilung. Haben wir nur zwei. So. 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 Dann. So. Dann. Wie sollte die Frage, wie mache ich was? Äh, nein. Nicht den. Schreie. Ehh, nein. Da Freunde und Feinde enthüllt. Ähh? Ah, der war das Damit der Axt ist zu mächtig zum Entwaffnen Steht auch links oben Oh, okay Finde ich aber ungeil Ist da jemand? Habt ihr etwas gehört? Los, los, weiter Sieg oder so Zeig euch, wie man richtig kennt Alter, Röhrlich Ja, man sollte eventuell auch aus dem Ding raus Dann renn da auch Habe ich jetzt gespeichert? Nein, ne? Doch, habe ich Oder? Nein, habe ich nicht Alter Alter Nochmal wieder her Hier Wenn immer Ich bleibe hier und passe auf So, die Frage ist jetzt Wie machen wir das? Wie soll ich die Schnee denn wegmachen? Wahrscheinlich, weil ich hier den zweiten noch nicht habe, ne? So Wird nichts bringen Geheilt kriege ich das sowieso nicht So Wir probieren das jetzt so Alter, wirklich? Ist da jemand? Alter Ja, ich bin nicht gleich tot, weil ich mich jetzt Ja, bitte Objekte So Schilder habe ich natürlich alle liegen gelassen, ne? So So Sollte ich vielleicht auch mal wieder auffüllen, ne? Halt Wie der erste halt immer daneben schießt Was? Lassen wir die Sprüche Ist das was ihr wollt? Und ja Alter Alter, drückst du vielleicht mal? Oh Mann, Alter So wird das nix Na Er nimmt mich halt To it Alter Alter, jetzt haue ich den wieder weg Das funktioniert? Ich glaube sie nicht Hier ist ein Tabak Baby, Katze Alter, wirklich? Das funktioniert hier? Wow Hier schleicht sich wohl ein Mörder herum Ist da jemand? Oh oh Jetzt sucht er wieder Ist wohl meine Fantasie mit mir durchgegangen Oh So So Haben wir immer noch ihn Als Problem Jetzt wird er gleich wieder Mörder Blablabla So Haben wir hier gespeichert Können wir jetzt eventuell sie mitnehmen Wie ihr befehlt, Tane Ja, aber seine Äh Die regenerieren sich doch dann wieder, oder? Ich gebe euch den Ich bleibe hier und passe auf Ein Schuss, Tür zu Ein Schuss, Tür zu Das funktioniert? Du schon mal nicht Wenn, dann sollten wir uns schon treffen Alter, was willst du denn? Du hier Ja Erwärmlicher Schwächling Ja Schwerb ekelhafter Ork Ich habe genug von euch Derb hier nicht drauf Genug, genug Ich ergebe mich Und das war gar nichts Ah Basta Ah Teamwork Nordschild Gold Gravierte Nordrüstung Nordhelm Nordstiefel Breitachs des Funkenschlafens Nein, nimm doch einfach eine Fatman Was ist eine Fatman? Ja, das war ja, ne Kann ja mal passieren Seid ihr bereit aufzubrechen? Ich habe geschworen Eure Last zu tragen So, konnte ja keiner wissen Dass hier jetzt gleich So ein fettes Zeug kommt, hä? Hm, was haben wir denn dann noch? Eisenrüstung Eisenrüstung Ja, du ziehe Nur 10 Kilo Den Palten beim Mal Der Noobwerfer aus Vora So, kann sie die Axt tragen? Ja, da bin ich gerade am Gumm Ehen nach dem Anderen Ich muss erst mal gewichtlos werden So Da lag es der Feigheit Die war das, ne? Den können wir ja auch mal geben Ich warte dann hier Hat die jetzt seine Klamotten an, oder was? Wir brechen auf Wie kann ich euch dehnen, Tane? So, sie hat immer noch den Zweihänder Tatsächlich, sie hat hier graviert, ja Ich warte dann hier Feichern So, die Axt nimmt sie wohl nicht Aber die wechselt auch durch Stellenweise, je nachdem Was muss ich hier herin eigentlich machen? Einhändig verbessert So, die zwei haben wir Gold, sauber dran Pfeil, Pfeil Schlachterfisch Gold, Buch, Vampirstab Heilung Locken verbessert Drohendecki, Fahrband Eins 23 Gold Nimmt das Ding da mit Glieder der Rückkehr Band 10 Millionen 10 Millionen So, halt Ja, ist sie Deswegen trägt Lydia sie Ja Können wir denn da machen Erfordert Ebenerzbarin Okay Gold Gold, Sauberbuch Wunden schließen Statt der Erzündung Objekte So, Leichnam wiederbeleben Wunden schließen So, hier Mach mal Licht So, sag mal Starbuck Du musstest doch jetzt auch Irgendwann mal Demnächst Urlaub haben, oder? Ach, jetzt bin ich durch, oder was? Lass dir von mal nur Äh Ich bin der Helm von Winterfeste In Höhle am Hubwasserfall Bin ich in grad Wattenstollen Lul, ich hab ganz was anders gemacht Ich glaube, wir haben Lydia vergessen, oder? Lydia? Wir brechen Wie ihr befehlt, Tane So, komm mit Ich dachte, die werden auch auf Follow Sommerferien Der BD ist das Urlaub, du arbeitest Ausbildung ist auch Arbeit Genau, da sind wir lang Okay Aber ich hab das auch ewig Als ich zu arbeiten angefangen hab, hab ich aber auch noch ewig Ferien gesagt Wann gehen die bei euch los? So, dann müssen wir gleich mal Wann mit der Arbeit ist Genauso Ausbildung ist Ausbildung Ausbildung ist Arbeit Aber wie gesagt, ich hab das auch noch ewig Lydia, wir müssen in die Richtung Komm mal so, ja Auf dem Weg wieder mal da Und sowas passiert halt Komm, stolperst dir halt mal flugs drüber Was haben wir denn hier? So, ein bisschen leert Hier haben wir auch nur zwei Wochen Okay Also Freitag in der Woche quasi Ja, bis dahin sollten wir Zwei da mal Äh, ja Wir machen das mal ganz anders Wir sind jetzt hier Da müssen wir hin Das hier ist abgeschlossen Das heißt, wir porten uns nachher gleich hier hin Aber erst müssen wir ganz kurz zurück So, mal ganz kurz Inventar auslernen Irgendwann rennt man durch die Gegend Und erforscht alles was man sieht Ja, ja, das ist halt, ne Alle schon erkundet Ja, alle sind nicht Aber wenn man mal so sieht Ne, da sieht man mal, wie selten du da bist Ah, hier Also da war ich noch gar nicht Geire Mundshalle Da war ich doch schon Können wir nicht Feuerschleierhügel Genau, den haben wir abgeschlossen Nilheim abgeschlossen Aktuell versuche ich ja sowieso zu questen So Papa, ihr seid wieder da Jo, guck mal Ihr seid wieder zu Hause Hallo, ich hab mich gekriegt Habt ihr mir etwas mitgebracht? Ja, haben wir Oh, danke Papa Ein blaues Mädchen Ein helfen durch Danke Bitte So, dann machen wir mal ganz kurz